Ach Mensch, schlau auf Deutsch Hä? Warum weh es denn? Ja, weil ich schon mehr laufen muss, muss ich Wollt sagen, K.O. gerade ganz schnell probiert noch die Dings drin zu hauen, die Verwicherung Ja, wir sind ein bisschen über dem Berg, ja, ja Das ist, ähm Zum Glück So ein Shit, ey, da hätt ich gerne mal gerne versichert Ähm Ich geh mal schnell scannen Mach mal Ich mach hier mal die Tasche, äh, die Dings auf Die Tasche hoch, ja Ehrenjacke, ja, gegönnt, das hab ich mir auch geholt, ja Hast du schon gescannt? Ne, ne? Ich wurde gescannt Ja, erzähl Ah, hier oben sind welche Drei Und drei Stück sind unten im Fischerdorf Mehr nicht? Ah, ne Das ist der 3er Team Aber dann, äh War da nur ein 3er und ein 2er Team Ja Ähm, machst du den, äh, den Tresor, Nadine? Bleibst du hier? Ich geh mal kurz, äh Hm, na, ich wollt hier oben gucken, wenn sie kommen, das Achso, na gut, dann Trainer kommt, hm Oh, Panzerplatte ist da Ach, mein Schlauchdeutsch Äh? Warum wehst du, Werder? Äh, was war'n sich jetzt, hm? Hm, da kam Strange auf dir zu gerannt und du warst so ein Dings, der konnt ja gern Ja Ja Ja, ist klar Hm Da hinten scoped eh noch Wo? Ja Oh Naja, wer hat er mich irgendwie... Nee Achso, das war's noch, ich kann nicht sehen Ähm Hatten aber nicht getroffen, schau Siehst du dich noch? Nadine? Mhm Hatten wohl nicht getroffen, leider mitten Ich denke, dass die vielleicht oben mal eine Bahnschiene lang gehen Ja, Nina ist da oben Ah ja, da sehe ich ihn Ah, Mist Ah, blöde Sicht, aber wo ist der... Der andere? Ist nur einer, ne? Die sind direkt vor... Also, die sind hier oben auf... Äh, direkt an den Bahnschienen Ja Wer ist denn hier? Vor hier, äh, vor den Auf Naja, hab's zu sehen, ja Kappen Schießt noch jemand auf mich? Ja Naja, das... Der ist hier oben am Felsen Hm, hier Ne, bisschen weiter rechts Ja, hier Mann Ja, wenn du von hinten kommst, könntest du ihn sehen Ja, wenn du von hinten kommst, könntest du ihn sehen Ne, der hat mich auch gesehen, scheiße Hat mich getroffen Der mit dem roten Hut Ich kann jetzt leider nicht kommen, weil hier, die anderen beiden von oben sind hierher... Okay Happen Happen, Happen Schön Äh, wo ist denn der den getötet habe hier? Äh, wo waren die doch hier? Äh, wo waren die doch hier? Ey, wir müssen uns so Eriß haben, das war das Neuer-Team Ja, bei... Oh Gott, ja, so viel Zeug! Wohin damit? Ja, gib mir halt an Darf ich den hier looten? Ja, ja, mach... Ich hab so viel looten Oh Mann, der hat kein Glas, schade Ich hab noch gar nichts gehabt Die Taschen schon voll, ich hab noch gar nichts, ey Eriksson, mach dein Ding Ciao Ja, ciao Kakao Achso, brauchst du so eine Scheiße Brauchst du noch... Ey, hier ist eine SVU noch drin Brauchst du noch mehr Teil? Teil? Nee, 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 kannst du nehmen Groß Hab, äh, aus Versehen Also hier wäre noch eine Bugle drin Ey, ich hab gar keine Munition für die Waffen mehr Ach du mein Junge Ich muss die nehmen Was ist der andere hier? Oh, hat ja ohne Bugle bei Dann tausche ich auch noch aus, ne? Annie, richtig im Killermodus Mach's richtig Stress Jemand mit ner roten Jacke So muss man Ja The lady here in Red Warte mal, jetzt muss ich kurz mal heilen hier So, immer verbraucht Irrisal Okay, wir sind alleine Ach Quatsch, ey, oh Mann Ach, hör jetzt auf Moik, jetzt mit den ganzen Lud, ich wisst, ganz ehrlich Auch ihr Arm, hör mal, ich hab noch nichts Ja Ich brauch Glas Ey, ich glaube, hier kommen die Ziffern weg, das kann weg Jetzt soll doch auf darin zu husten Mann Als wenn du das mal schaffst, ey, der niest uns vorhin volle Lotte in die Ohren, weißt du? Und bei mir tut der Mann Ey, schalt los Ey, schalt los Wir äh noch Wir äh noch Wir äh noch hier so einen Detektor haben Hier so einen ähm Ja, gar nicht, ich weiß Nein, nicht nen Detektor Habe ich kann ich dir grad nicht geben Äh hier ähm Mörserschlag Oder ne Granaten Zwegranaten Und hier liegt auch ne Byuge Und ein Gewehr 3 Nee Ich mach dir mal einen Dauer-Ping hin. Weil mein Dauer-Ping ist eine View. Ja, das ist nur wegen der roten Jacke, deswegen lauf ich jetzt so langsam. Wegen dem ganzen Loot. Wo laufst du den jetzt hin eigentlich? Weiß nicht, Looten macht keinen Sinn mehr, glaub ich. Ja, ich wollte eigentlich zum Fischer drauf, aber... Ja, also wir haben noch Zeit, also wir haben noch ganz viel Zeit, weil der Trupp ist doch gar nicht da, ne? Ja, ich will jetzt, ich will eben die noch mit hier. Ich geh dann erstmal durch alles an. Na, weil der wird ja gleich kommen, oder? Du bist ja aber sicher, dass keiner mehr da ist, ne? Warte mal. Ja, die beiden, die direkt vor mir waren gerade, sind auch weg. Mal abgescannt? Ja, okay, ist wirklich so. Erik, sag mal, ich gelogen. Ja, bei dir gelogen. Danke für dein Vertrauen. Ja, so bin ich. Immer wieder gerne. Naja, du, ich hab nämlich gerade ne Waffe genommen, ne SGU, wo ich keine Munition für habe. Deswegen, ähm, war für mich wichtig, dass das wirklich stimmt. Oh mein Gott. Du hast doch einen roten Mantel an, ne? Oh mein Gott. Du hast doch einen roten Mantel an, ne? Oh mein Gott. So viel Loot. Ich muss die Munition weg, man. Soll ich machen? Äh, wenn ihr den Drop haben wollt, ne? Dann müsst ihr wieder zurückkommen. Ja, komm Nadine, äh, das schaffst du ja ähnlich als zu tragen, oder Nadine? Ah, Kissen. Ich brauch halt einfach Glas, aber... Einfach auch Glas. Naja, ich geh weg nicht hier. Aber der Drop ist Gold, ne? Wenn ich nicht geh weg hier. Wie, haben sie den Drops auch gemacht? Ich glaube, ja. Ja, ja. Wir haben auch richtig reingecached. Also Gold weiß ich jetzt nicht, aber... Entschuldigung. Mindestens leicht, leicht bronzer. Genau. Genau. Guck mal, wie langsam ich laufe, eigentlich. Ah. Hab ich irgendwie... Ne, hab ich nicht. Warst du jetzt schon die Loot-Tune? Einem Jugend bin ich jetzt die Helfer. Bitte was? Solimar, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Hallo. Hallo. Ja. Alter, 80 Sekunden. 50 Glas. Ich bin nur im Glas hier mit. Yay. Loot-Manager. Teil durcheinander. Ja. Ey. Ist man so überfordert. Nicht so viel Loot. Ich hab auch schon... Ach, ich weiß auch noch, wo der Schatz ist. Ich hab auch schon mal... An der Mülleneingang. Na, ehrlich? Ja. Ich hab auch schon mal gelootet. War auch so ne Loot-Runde. Und am Ende, äh... Als ich mich nochmal angeguckt habe, die Folge... Da hab ich dachte, ey, was hab ich denn da... Da hab ich echt Nahrung drin gelassen. Also vier Nahrung oder fünf Nahrung. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ey, ich kann nicht schnell laufen. Jetzt so wieder. Ich guck mir jetzt den drauf. Darf ich den noch, den zu holen? Ähm... Wir wissen nicht. Kommt drauf an, wie voll dein Sack ist. Ja, ein schön voll. Oh! Und der für einen schönen Waffen-Skinn drauf hier bei mir. Nice! Na... Na, die läuft so langsam, ey. Also die... Die Zone kommt von dir aus, ne? Vom Fischerdorf. Mhm. Mal versuchen, ihm auch den Schatz zu holen. Oh, ich schmeiß mal raus. Ja, das ist ein Thema. Geweckt, wir müssen... Wir müssen wieder los. Freie Probleme. Geweckt vom Drop. Ja, haben wir nix echt nicht hier. Guck mal nicht so noch was. Also hier am Durchgang... Am Durchgang vom Tunnel, da ist auch noch der... Ähm... Boah, den 106. Teil... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin... Boah, den Scanner hier raus. Ey, ihr... Ihr schmeißt die Sachen weg. Wohl dein Leben für geben würdest, normalerweise. Erichson, hast du aus dem... Ähm... Main-Gebäude das Glas mitgenommen? Äh... Ich war da nicht drin. Oh, was? Echt? Ja, Mann, jetzt fliegt total im Stress. Ich glaube nicht, ne? Ey, wo ist denn hier der Eingang? Boah, da ist ja auch noch was. Ja, hier liegt der auch noch. Und wir hatten es ja nicht geschafft zu versichern, ne? Was ist denn das jetzt eigentlich für ne... Für ne... Für ne Runde? Äh, wie viel? Eine goldene und ne Liederkiste. Oh Mann. Ey, wo ist denn die da? Boah, die werden sich so ärgern. Das ist es dann. Mhm. Ist schön. Das bestimmt gleich heißen. Oh ja. Ja. Camper. Schon lange. Schon lange. Schon lange. Genau. Nachrichten mehr bekommen. Boah, was ist denn unwichtig hier? Ah Mist, jetzt habe ich mich verlaufen hier. Ich finde den Eingang von... Die verlaufen. Scheiße. Mal suchen. Den Eingang von der Höhle. Ah, hier. Die Höhle ist hier. Ja. Schnell den Schatz aus Bullen. Ey, ich glaube, ich muss Dings wegschmeißen. Du lieber Highland, ey. Leute. Ich habe nämlich so viel Metall. Na, Foto kann weg. Rattern weg. Messerkomponenten kann weg. Ich ärger mich, dass ich hier einen Treibstoff mitgenommen habe. Dann könnte ich aus dem kurzen Ausgang raus. Ich könnte mir doch noch die Glase aus dem Ding greifen. Ich habe... Zwölf. Ja. Treffen wir uns denn davor? Ich gehe aber ganz schnell zum Dingsgebäude. Also ey, mein linker Stick macht gleich einen Bogen. Ich drück den so weit nach vorne. Ja, die Stick musst du schon Kontrolle austauschen heute, Junge. Oh, Mann. Oh, Mann. Hinten mal schnell lang. Krass das hier in der roten Wartdienst. Der macht schon gar nicht mehr richtig die Kisten auf. Hier sind Metallbräut an den Legen. Die Legen sind wichtiger. Ist da oben jetzt eine Kiste gewesen? Mal schnell gucken. Also am Ende latschig in irgendeine Kontaktbommerin. Na ja. Nochmal hier gucken. Aus die Maus. Schreib doch mal in der Ausrufezeichen Kontaktbommer ohne Leerzeichen. Und in den Chat. Das wäre gut. Dann kommt endlich meine neue Legen. Oh, da kommt schon die Zone. Ey, du kommst aber, Erichson. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Gruß. Könnt ihr mal mitnehmen hier? Nee. Ich muss. Treffen wir uns davor, Erichson. Ich falle als geschockt. Ich bin da. Ich bin da. Ich komme gleich. Warte. Ja, nicht eins, einmal. Dann schließt sich der Wiss wieder. Echt? Ja, echt. Oh, ihr geht da raus, ja? Ja, wir gehen da raus. Wir sind mutig. Ja, ich bin da oben raus. Das ist ja nicht Mario. Ich hoffe darauf, dass Erichson nicht lügt. Ey, meine Wurst noch mehr, ey. Oh, kommt das an. Ich bin auf der Zielgeraden. Ich bin da oben. Das steht noch. Ah, ich kann die Nägel nicht mehr mitnehmen, ey. Oh, warte mal. Kann ich das noch nicht brauchen? Moment, warte mal kurz. Oh, meine Wurst noch. Kann ich nur wegschmeißen, schnell durchgucken. Ich weiß es nicht. Ne, ich lasse es. Oh, warte mal. Ne, ich lasse es jetzt so. hallo stefan kontaktbombe da ist es ja wer sucht der findet wer drauf tritt verschwindet ich wollte eben schon schreiben sucht die bombe in die rote anzug die habe ich noch nicht die hat sehr geil jetzt haben wir gleich zusammenpacken